Einmal noch Medizin wieder, danke. Und was ist hier los? Da muss ich ja auch mal gleich mitmischen als Chopper. Yeah, rostiger Schrott. Ich finde ihn besser als Waffi, weil ich finde Waffis-Attacken sind so gummimäßig. Ich mag das nicht. Und er die ganze Zeit mit so, oh Gott. Diesen schönen Nahkampf von Chopper gefällt mir richtig gelten gut. Sieg. Nächstes Gebiet, okay. Oh Gott, wie lang dauert das denn hier? Ey, scheiße. Ok, wo geht's denn jetzt lang? Dauert aber lange hier so ein Level. Beziehungsweise so eine Episode. Ähm. Ja. Ich dachte, jetzt kommt ein gechillten Boss und dann ist Ende. Aber nix da, ne? Man kann auch nicht speichern, ne? Das ist scheiße. Dann kann ich aber nicht einfach aufhören, zu zocken. Ach, hier geht's einfach weiter. Super. Ne, bin ich nicht heilen. Oh. Jetzt kommen mir wieder Gegner. Oh. 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 Du hast immer das Feuer gemacht Ja, du hast auch Du kannst die Mitte Du bist eine gute Mitte Alter, fuck Hä, wo ist denn jetzt hin? Nächstes Gebiet oder wie? Och Gott Gut, dann kommen wir ins nächste Gebiet Hä? Hä? Das ist das Gebiet. Okay. Scheiße. Oh Gott. Dann muss ich mir wieder eine Taktik überlegen, um denen vorzugehen. Was macht der denn hier? Scheiße. Oh Gott. Gut, dann greif den jetzt an, Shopper. Äh, Shopper. Shopper, die Shop, die Shop. Die Attacke, so ich mal. Shopper, die Shop, die Shop. Ist doch cool, ne? Ah! Bin ich jetzt tot? Nö. Ich hab nur Leben verloren. Oh! Fuck, ey. Scheiße. Oh Gott. Oh Gott. Ausweichen. Da kann man echt schnell runterfallen. Scheiße. Shopper ist gleich tot. Ich drücke die Minustaste, damit er nicht stirbt. Das, oh, Schutz. Der kann gut Schutz machen. Das ist natürlich gut. Aber leider ist Shopper im Bosskampf hier gerade so ein bisschen Fehler am Platz. Ähm. Ist er tot oder nicht? Scheiße. Wir müssen jetzt so ein bisschen da fliehen hier. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Shopper? Was ist denn mit Shopper? Ist er jetzt tot oder nicht? Ne, noch nicht. Noch. Oh. Toll, ich bin direkt in die Attacke reingelaufen. Auch toll. Äh. Schutz. Ich wollte Schutz drücken, aber er ging nicht. Mann. Oh, ging schon wieder nicht. Oh. Ich dachte, das wäre jetzt auch so ein... Okay. Okay. Dann nicht. Dann halt nicht. Was macht Shopper da? Nichts. Oh. Äh. Äh. Was ist mit Shopper? Er kann heilen. Super. Heilen nochmal. So. Und er heilt alle. Ich glaube, Shopper ist für den Bosskampf eher weniger geeignet. Da ist der eher besser, glaube ich. Deswegen. Oh. Nein, konnte er doch. Hier, den Boss. Naja, gut. So schwer ist er ja nicht. Das Gute ist ja, dass unsere Teamkameraden hier keinen Schaden zu kriegt. Das ist ja das Tolle. Ich meine, der erste Boss war immer noch am schwersten von den Bossen ein. Finde ich jetzt. Ich hoffe, ich beschwöre jetzt nichts irgendwie hier rauf. Das sich dort jetzt irgendwie... Okay. Ja, ich hoffe, ich beschwöre hier nichts hier rauf. Ähm. 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 So. Das da. Hier. Dann beschwöre doch mal deinen Strudel. Wuhuuu. Oh fuck. Mann. Das ist doof, dass er sich geheilt hat, ey. Gerade, wo ich gesagt habe, oh, der Boss ist ja so einfach, ne. Ja, der ist ja. Oh. Ah. Fucking. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Jetzt tot? Alter. Soldaten, ey. Äh. Äh. Mann. Chopper. Mann. Zorro. Fucking. Nein. Der hat's voll auf Zorro abgesehen. Ähm. B. Gut. Dann macht diese Attacke. Und. Jetzt. Ist er jetzt stärker oder wie? Ich weiß nicht. Ich greife den an und mach den kaputt hier. Das wirst du wohl schaffen, mein Zorro. Äh. Der liebe Zorro. Oh Gott. Nein. Jetzt heilt er sich wieder, oder? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Nein. Heil dich nicht. Bitte nicht heilen. Oder? Oh. Äh. Fucking. Oh Gott. Ich habe wieder Lebensnot. Soll ich mal. Chopper. Heize mal wieder. Heile mal wieder. Ausweichen. So. Gut gemacht Chopper. Super Chopper. Du bist äh. Brav. Äh. Ich weiß ja nicht. Warum hat er sich vorhin geheilt? Nur weil ich das gesagt hatte. Oder was? Oder? Äh. Gut. Ausweichen. 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 Gut. Das machen wir ja. Äh. Kann Chopper nicht wieder heilen? Oder so? Äh. Der kann. Kann der denn hier? Ihr greift immer an. Oh Gott. Schon wieder ein Ratter. Nein. Chopper. Nicht da bleiben. Du bist sonst tot. Naja. Da gehe ich nicht runter. Okay. Okay. Ah. Ausweichen. So. Das musst du jetzt mal machen. Diese Attacke. Hast du jetzt gemacht. Super. Dankeschön. Und jetzt kommen. Mit vereinten Kräften. Versuchen wir den jetzt irgendwie. Oh Gott. Jetzt ist der schon wieder da oben. Nein. Fick dich doch. Äh. Auf mich denn mal da hoch. Heil dich nicht schon wieder. Heil dich nicht. Das wäre kacke. Nö. Ah. Das ist ja doof. Aber gut. Jetzt. Jetzt müssen wir den Rest geben. Bäm. Und. Und. Tot. Yeah. Das ist ja doof. Das ist ja doof. Das ist ja doof. Das ist ja doof. Ich konnte nicht mehr mit dem Kursen Was ist das? Wer ist das? Das ist... Das ist... ... ... ... ... Sollte Episode 3, abgeschlossen. Gate 4000, Piratenpunkte 100. Super. Und wir haben neue Leute gefunden. Unterschätze nicht das Wetter erhalten. Blackball. Aber Wobben ist cool. Ich weiß nicht, wen ich auswählen soll. Die sind alle... Hm. Was meint ihr denn? Wer ist denn da gut? Die sind alle gut, eigentlich. Gut, wir drücken auf Weiter. To be continued, natürlich. Episode, äh, Spiel speichern, natürlich. Natürlich. Nicht speichern, wäre ja richtig assi. Das wäre richtig assi. So. Speichern abgeschlossen. Und, ja. Was ist jetzt? Was ist jetzt, sind wir wieder zu Hause? Ich glaube schon. Oder? Wir sind zu Hause, ne? Müsste sein. Gasthaus. Immer ist man im Gasthaus. Nee. Nämlich. Das war's, wenn wir uns mit uns verleten. Naami-san und Robin-chan mit uns gemeinsam. Das war's, dass wir uns noch nicht antrotisch hatten. Oh. Und danach haben wir uns in die Frage, die wir erkennen. Also, ich bin... Was, ja. Ja, Sanzi-kun. Ich bin glücklich, dass ich... Oh, du... Warum diese Leute zerrihr? Zerrihr, was ich nicht? Ich bin der Erlöhrer. Das ist ein dummer. Ah! Dann... Wir, die meisten... Oh, wir, die... Ey, Tnuki! Das ist das! Das ist das! Das ist das! Luffy, die sich in die anderen... Wir sehen uns so. Das ist das! Ja. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gut, ja, dann war's das und ich hoffe, es hat euch gefallen und sehen wir uns in der nächsten Aufnahmesession von One Piece Unlimited World Trade wieder.